Jo, hei Willkommen, mein Name ist DannyRoyalBee und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wo ist der Typ schon wieder? Der Danze steht noch da hinten. In der letzten Folge haben wir uns auf der Prydwen umgesehen und die Crew kennengelernt. Und wir haben noch irgendwie eine Siedlung gefunden, die aber eine Mission für den Minutemen war anscheinend. Und ja, die gehen wir mal ganz schnell ab. Ich habe eine neue Siedlung gesäubert. Ich dachte schon, da kommt er gleich wieder weiter an. Oh, ehrlich? Eine Gruppe Ghule hat sich in der Nähe einer Siedlung eingenistet. Die Leute könnten unsere Hilfe brauchen. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen. Also, sieh mal was du tun kannst. Was? Hä? Ich gehe in die Abonnenten ein. Yang auf die Leute dort nach Kräften zu unterstützen. Ich bin doch schon auffällig. Die hab ich doch schon. welche sehen wir da los ist was wollen die von mir wirklich so wiederholbare dinger sind welcher nie ist ihr ehren können mir immer direkt irgendwelche sachen gibt das geht jetzt so lange bis ich alle möglichen erledigt habe was ist hier los flake was gibt es denn für ein problem eine gruppe wilder ghule hat sich ein paar von ihnen machen jetzt die gegend unsicher wenn noch mehr draußen rumlaufen werden sie uns irgendwann überrennen wir brauchen jemanden der sich um sie kümmert super duper mart ich bin dran ist so gut wie erledigt ich bin froh wenn ich sie endlich losbinden mhm ich möchte ehrlich gesagt ein bisschen mehr hier weitermachen in der bruderschaft weil warum nicht machen wir erst mal mit der bruderschaft weiter so ein bisschen story fortschritt bei denen aber im leben wird langsam ein bisschen nervig und zu neuen siedlungen gehen so wie immer genau gleiche da müssen wir jetzt diesen mäxten finden erstmal ja da muss man die mission die war nicht geschafft haben noch abgeben wo sie am nächsten typ er schon letztes gesucht und dann nehmen wir uns die power rüstung mal mit bei bruderschaftsmission ohne power rüstung wäre ein bisschen doof ich glaube jetzt kommen wir erst mal zu den einen typen zurück du bist zurück wie lief es mit dem gelehrten der trottel wurde getötet der trottel wurde getötet hast du noch einen wenn du diese einstellung nicht ablegst der war aber ein trottel ist direkt voll da reingehant ich benachrichtige die entsprechenden versuch bis dahin müssen wir die patrouillen fortsetzen da sie enorm wichtig sind ruh dich aus wenn du musst wenn du wieder auf eine forschungspatrouille aufrechen möchtest trotzdem erfahrungspotten bekommen geh nächstes mal aber bitte etwas umsichtiger vor momentan nicht wie schade warum bist du denn immer noch so wo ist dieser elster jetzt bin ich aber gut dass ich trotzdem erfahrungspotten wiedergucken weil der war auch ein vollidiot der ist volle möhre da reingerannt da ist ein raider gewesen mit einem fat man und der stellt sich einfach so vor dem mehr oder weniger das war dämlich so wo ist dieser typ jetzt ich hab ja irgendwie so weit mit zehn zwölf fusions kerne da kann ich ja wohl eine mission lang mal mit rumlaufen bestehle an der brugerschaft mission h auf befehl von ältesten max werden sämtliche formen von technologie konfisziert oder eingesammelt Ja, das kenn ich. Wo ist die Power Rüstung? Wo sind die ganzen Ständer für die Power Rüstung für die Ständer? So, das ist meine, ne? Dann, hepp. Hört sich an, als könnte man es mit der ganzen Welt aufnehmen, was? Oh ja. Ist es zu fassen, dass... Geil, die kommt direkt in meine Basis. Die noch im Aufbau ist, aber irgendwann werde ich die schon mal zeigen, wenn sie fertig ist. So, bis ein paar tun, da wird die schon fertig sein. Na, wo ist der Typ? Okay, aber gut, dass ich war auf dem Aufbau. Das finde ich richtig klasse. So, bist du hier irgendwo? Ist der Typ, der verarscht mich hier? Ein bisschen kann er sein. Da! Warum zeigt er mir... Deswegen Dingens, ne? Jetzt, da Sie die Crew der Prittmann kennen, sind Sie bereit für Ihre nächste Mission, Bruder? Jupp. Ja, Ältester. Gut. Dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Fort Strong. Dort wimmelt es nur so für Super Mutanten. Diese wieder natürlichen Kreaturen so nahe bei mir zu haben, dass man sie riechen kann, ist einfach unartig. Außerdem sitzen Sie auf einem großen Vorrat an Fatman-Munition, die wir für unseren Feldzug gebrochen könnten. Ich möchte, dass Sie da hingehen, alles ausschalten, was sich bewegt, und den Munitionsvorrat für uns holen. Verstanden? Na ja. Ist so gut wie erledigt. Ich weiß, dass Sie mit dem Kampf gegen das Institut beginnen wollen. Aber das wird noch etwas warten müssen. Die Boderschaft kann nicht zulassen, dass diese Monster über ein atomares Arsenal verfügen. Es wird mir eine Freude sein, diesen Mutantenabschirm zu beseitigen. Wir haben ein Verti-Ball für Sie. Bewaffnet und bereit zum Abflug. Nutzen Sie ihn, um unsere Botschaft nach Fort Strong zu tragen. Und diese dreckigen Mutanten dort auszulöschen. Wegtreten! Oh Mann, wenn ich noch einmal zu spät zum Appell komme, lässt mich Käpt'n Kerls unterlegen. Ich weiß, dadurch geht ein bisschen Verteidigung verloren, aber trotzdem. Ich hätte lieber mein Gesicht so raus. Ja. Ich hab ja noch genug Verteidigung. Ich hab 1000 Verteidigungen. Wat? Was? Warum muss ich jetzt hin? Oh, Tanz. Was? Ich steige in den WT-Ball. Ach da. Ich kann den MG jetzt hier rumschießen. Na, sag mal. Tanz ja, du fliegst hoffentlich. Alle Anzeigen stehen auf grün. Wir sind bereit zum Start. Na, mal los. Ich hoffe, ihr fliegt nicht so beschissen, wie die Verteidigungen, die ich getroffen habe im Möldland. Mal hier und da gegen ein paar Häuser gefahren sind. Ja, kann man einfach so reinballern, wie blöd. Dann wär gut. Nur ein bisschen blöder, dass nachts ist. Obwohl, ich hab ja jetzt so ein Buch bekommen, wo ich nachts mehr Schaden anrichte, ne? Sag mal. Sag mal. Sag mal, mehr Schaden, ne? 5% mehr Schaden. Sag mal, wat? Warte mal. Ich wollte schon sagen, TP wandert, ne? Warte mal. Ich weiß. Das ist nervig gerade. Aber, wenn ich gekommen hab, Punkte hier so hoch. Ah, so kann ich dann auch einfach machen. So geil. Da sagt mir, hat da mal einer. Ziel ausgemacht. Ich versuche es im Blickfeld zu halten. Bäh, Mod, wat? Oh, da. Da. Weiter macht uns platt. Weiter sagen, wo man mit Dingen weggeht. So. Ich kann nicht Power-TSB. Nee. Okay. Aber, wie hab's denn da? Aber, wie hab's denn da? Ich bin hier. Und, wie hab's denn da? Ich hab's denn da? Fah, ich hab's denn da? Ich hab schon, der hat auch explodiert. Ich hab's denn da. Ich hab's denn da. Ich hab's denn da. naja jetzt aber trotzdem war wahrscheinlich dran sehr gutem ausweichen bis jetzt das ist bloß nicht treffen ich wurde noch nicht getroffen ist gut ja abzusetzen. Und dann zur Reparatur. Ab zurück zur Gridwiff. Da sind immer noch Supermantanten, aber okay. Du bist weg. Aua. Das ist so eine Mission, ehrlich. Oh, mein Spreck hier. Ah, ich weiß nicht. Oh, hi. Oh, mein Sprechen. Uff. War gut. Okay, können wir aufsteigen. so auch die mini atom bomben erfinden okay gute arbeit das nichts zurück in freien zu stehen ist taktisch ich kann keinen dings an machen keine tasche lampe verhandelt einfrierend da ist also küroschalen möchte aber eine sonnenbrille noch aufhaben ja am ehemann habe ich anscheinend an aber nicht gezeigt wie so ein du knuck im verschnitt so wo ist der fette ja bestimmt ja bestimmt ja immer mal scharf schützen mit 50 abmolz wir tragen den dingen Du hast keine Mini-Atom-Momme dabei, ehrlich. Glaub ich mal Strong gesagt hätte, wenn ich den hier mitgenommen hätte. Nach Fort Strong. Ja, ich habe gesehen, was ich gerade gemacht habe, ne? Aber awesome! Ich hätte nur die Mini-Atom-Momme finden, ne? Wäre ja noch awesomer. Wäre ja noch awesomer, manem, manem, manem. Das ist jetzt auch mal kein Glück. Gehen wir mal daheim. Wahrscheinlich müssen wir da rein, ne? Da gibt dann der echte Kampf. Nö. Ein Kanon, hallo. Kanonkugeln, ehrlich. Geht ihr ein hintereingang oder so? Ne, 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 da warten wir bestimmt so legendäre Viecher noch. Hat er gesehen, dass es mit der Power ist, dass ich so viel Schaden bekomme von so einem legendären Viech. Was? Ist das eine Munition? Ja. Ne, ne? Ja, muss ich mal nur eine Munition. Also nochmal Munition, ja. Ne, ne? Ja, da ist Manition okay. Das ist eigentlich der Welt auch schrutt. Das heißt, das heißt, irgendwann eine Kanonkugel, das ist nur ein leichter Lied. er kann ohne mit mir umschleppen oder irgendwie so was fortfragen machen kann man ok haben es sind ja wenn ja tom bomben drin sein hoffentlich na das erinnern ja immer dem weg ja dann müsste hier im siebten im bild sein damit ganz viel super mutanten die er schlachten kann geschafft ja auch hier ist der ganze schon wieder mein gott wieso von hinten auch so eine geile mütze es ist nachts ich tue mir schade nicht jetzt hoffentlich nicht entwickeln wird sich sowas von entwickeln er schon entwickelt glaube ich das schon so am glänzen hat so eine super saiyajin aua du bist ja ich wollte ja fangst mit der armee naja wo sein schützend schützte seinen schützen schützt er sich näher auch vermeiden ich es schon kies da hat erstmal kann man jetzt erstmal chillen da kann ich mir erst mal umschauen oder da war natürlich wieder jetzt richtig heft hier übrigens frohes neues jahr stimmt ich nehme das hier alles am ersten januar auf welchen letzten part sagen sollen und eben davor naja das ist schwer als mini atombunden geil wahrscheinlich aber nicht behalten können ich mache mal als irgendwas passiert ich wollte ehrlich gesagt ein bisschen schleichhafter da hier ein gena und es wäre das passiert und das und dann hat er welche abgeschossen und ich habe ich habe geschossen eins für sie zum anderen ich habe den zwar nicht gesehen aber okay ich habe eher so geöffnet general bingo schon wieder sogar mit bub schmiert schleichen später zu decken seit einiger zeit verlassen im örtler sieht alles ein bisschen verlassen aus bitte dass man von zwar auf mich weil ich freue mich schon der us-army beim testen experimente waffensystem und aufgabe aufgabe oder eine lieferung die pausen getestet neun m 42 fat man wow aufzatia operation n quich ja zu nah an sich abschließt ich weiß wir sind gefährlich das ding so abzuschießen also die ersten fans die ich benutzt habe in v3 habe ich mich irgendwie selber getötet meister zeit weil ich mal zu nah war nachher sind wir ja gut pro snap camera okay die man mit der namen also wird es hoffentlich wichtig sein ja ein ort den ich auf screen hier abklappern kann um bild zu sammeln ich habe gefühl komisch mit der pause um zu laufen weil er ist nur so bei 70 prozent der fusionskern ist also ich dachte ein bisschen schneller untergehen wo war ich jetzt mal ich dachte erste power rüstung einfach so da haben wir einen aufzug und warum konnte man hier irgendwie so hoch hat also aus also da kommt wahrscheinlich nicht hoch muss man ja springen das geht ja nicht und hier ist nichts gut dann kann ich ein party wenden und wir gehen dann nächstes mal den aufzug hier hoch gucken wo wir dahin kommen oben oder unten ich nehme an unten ich bedanke mich dann alle herzlich für zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge